Hallo zusammen, heute mache ich gebraten Reis mit Eiern. Ich habe Reis gekocht, Eier und Karotten, ganz schön fein schneiden, Schnittlauch und Zwiebeln, Sojasoße, Zucker und Pfeffer. Jetzt fangen wir an. Sojasoße. So đã kribe, hier ist die Eier. Jetzt fangen wir an, das ist schön, aber auch, dass ich jetzt hier so viel Zeit... So. 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 Okay. Schöne 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 Pieren Schöne 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 Ja, okay, okay, okay. Ja, okay.